Allah Azza wa Jal, er kommt subhanahu wa ta'ala jede Nacht herab, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Bukhari und Muslim heißt. Und dann sagt er, wer von meinen Dienern möchte mich um etwas bitten, so dass ich es ihm geben kann. Wer von meinen Dienern möchte mich um Vergebung bitten, so dass ich ihm sofort alle Sünden vergeben kann. Subhanallah, haben wir keine Sünden? Ich frage mich, warum machen wir das nicht? Warum tun wir das nicht, liebe Geschwister? Wallahi, das ist ein Genuss in der Nacht aufzustehen, alleine zu sein mit Allah, während alles und jeder schläft. Und du stehst auf und hast damit eine Eigenschaft von den besten Dienern, von den Muhsinin, wo du niemanden Besseres findest als diese Leute. Beschluss! 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 Ah, 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 ah